Hallo, ich bin Ann-Sophie und habe ein vierwöchiges Praktikum im Bundestag im Büro Thomas Hitschler gemacht. Es war eine sehr gute Erfahrung und ein super Einblick in die Politik. Ich könnte es jedem nur empfehlen, der das gerne haben möchte. Im Moment studiere ich allerdings auch Hawaii in Amerika. Ich studiere Politikwissenschaften und deswegen hat sich dieses Praktikum super angeboten. Ja, man lernt hier sehr viel und das Büro ist super sympathisch und alle Leute sind total nett. Also man muss sich überhaupt keine Sorgen machen, da irgendwie unterzugehen. Die kümmern sich super um einen und ja, hoffentlich bis bald.